Dem sicheren und effizienten IT-Betrieb kommt eine immer stärkere Bedeutung zu. Die zentrale Produktionsplattform der FinanzIT ZPP trägt dieser Entwicklung Rechnung. Sie bietet eine sichere und zukunftsfähige Infrastrukturlösung. Hat sich das Institut für die Auslagerung des IT-Betriebes auf die zentrale Produktionsplattform und den Service und Support der FinanzIT entschieden, kann die Planung und Vorbereitung der Migration beginnen. Mit Hilfe etablierter Verfahren, Werkzeuge und einem Team migrationserfahrene Experten unterstützt die FinanzIT Sie kompetent bei der Planung und Durchführung Ihres Migrationsprojektes. Denn Ihre Herausforderungen sind auf unsere Herausforderungen. Die Migration erfolgt nach einem individuell angepassten Institutsmigrationsplan, der den organisatorischen und technischen Besonderheiten Ihres Institutes Rechnung trägt. Basis für die erfolgreiche Migration ist eine gemeinsame, an Ihren Bedürfnissen und Anforderungen ausgerichtete Zusammenarbeit. Dabei hat die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter Ihres Instituts zu jedem Zeitpunkt oberste Priorität, um das operative Kundengeschäft nicht zu beeinträchtigen. Wir laden Sie ein, mit uns in den Dialog zu treten. Die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Anforderungen sind eine gemeinsame, mit uns in den Jahren in der Bibelstimulierung. Die Mitarbeiter sind ein, mit uns in den Jahren in den Jahren in der Bibelstimulierung. Das ist ein, mit uns in den Jahren in den Jahren in die Region verhindern. Untertitelung. BR 2018